Das hier, das ist eine Autobahn. Das ist cool. Hier vorne ist schon wieder ein Haus, der Handstand macht. Der steht auf seinem Gehirn rum. Das könnte Hirnhautentzündung verursachen. Mehlwürmer sind geil. Da gibt es vorher viele davon, die am Gehirn weißen und so. Die nagen da irgendwie rum und scheißen alles zu. Ich bin ein Fischkopf. Ich mag Gänse. Ich bin ein Fischkopf. Und ich dänse mit der Gänse. Ich bin ein Fischkopf. Es brennt. Es brennt rum. Es brennt. Es brennt ordentlich. Ich bin ein Fischkopf.